Wieso ich hier herzog? Ich denke, es liegt an der Ruhe. An dem besonderen Flair dieser Stadt. Eben alledem, dass es in Las Santos nicht gab. Wisst ihr, ich würde einfach ein Familientyp sein. Mit einem eigenen Hotel, einem eigenen Auto und einem endlich geregelten Leben. Doch wie immer kam es wie es kommen musste. Naja, du wirst deine Geschichte kennen dich ja schon. Sorry, but I need this! Suchst du die beste Comedy auf YouTube? Dann abonniere jetzt Maulwurf und aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.